Schönen guten Mittag, meine Herren. Was machen wir denn hier? Bier trinken, ja. Aha, aber laut Gesetz ist das auf öffentlichen Plätzen verboten. Also, gebt mal die Bierchen her, Jungs. Nein. Ach, kommt schon, Jungs. Gebt die Bierchen ab, sonst muss ich euch mitnehmen. Ich scheiß, Bulle. Hast du Lust zu rennen oder was? Wie bitte? Hey, Boot! Hold, hold!